Die Post Ja, wer ist da? Die Post. Bitte. Eingeschriebener Brief für den Herrn Professor. Legen Sie ihn nur hier auf den Tisch. Wenn Herr Professor hier unterschreiben wollen. Mein Beileid, Herr Dr. Hanke, das muss ein schwerer Schlag für Sie gewesen sein. Oh ja, der Professor war wie ein Vater zu mir. Das ist mir unvorstellbar, wie jemand eine so grauenhafte Tat begehen kann. Professor hatte keine Feinde. Er war die Güte selbst. Wann haben Sie den Toten gefunden? So kurz vor neun. Das ist die übliche Zeit, wenn ich zur Arbeit komme. Und womit hat sich der Professor zuletzt beschäftigt? Elektronik ist ein weites Gebiet. Wir haben viele Experimente gemeinsam gemacht, aber manches hat er auch für sich behalten. Hat er irgendetwas hinterlassen? Er hat mich seinen wissenschaftlichen Erben genannt. Das ist ein Berg von Verpflichtungen, der mich in der nächsten Zeit sehr in Anspruch nehmen wird. Na ja, selbstverständlich. Ich brauche Sie im Augenblick auch gar nicht mehr. Wenn sich irgendetwas ergeben sollte, dann melde ich mich hin. Danke, Herr Joe. Danke. Ich habe nachgeprüft, Inspektor. Name und Adresse des Absenders waren falsch. Aber bitte setzen Sie sich doch. Herr Schröder, haben Sie diesen Einschreibebrief dem Professor zugestellt? Jawohl. Wann war das? Ich komme immer so um neun, kurz vor neun vorbei. Mhm. Dann müssen Sie einer der Letzten gewesen sein, der den Professor lebend gesehen hat. Jawohl, Herr Inspektor. Als er, als er unterschrieb, da waren wir am Leben. Und dann... Was dann? Dann habe ich ihn getötet. Wie bitte? Da war ein... ein Mörser auf dem Tisch. Und etwas hat mich gezwungen, den Stößel zu packen und... zuzuschlagen. Herr Schröder, wissen Sie auch, was Sie da sagen? Ja, ich kann es selbst nicht glauben. Aber so ist es gewesen.